Ja, hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge von der Serie Meine Schlagtechnik. Heute geht es um die Beine. Es gibt nicht viel zu sagen für die Beine, aber sie haben die Funktion, dass sie aus dem Vollen gespielt werden. Das heißt, ich habe hier meine komplette Beinbewegung bei beiden Beinen und ich ermögliche somit die Geschwindigkeit und Dynamik meiner Füße. Das heißt, ich kann ziemlich leise spielen. Aber ich kann auch sehr, sehr, sehr laut spielen, wenn es sein muss. Ich kann langsam spielen, aber ich kann auch schnell spielen. Das alles ermöglichen also meine Beine. Die Erklärung war leider sehr kurz, aber ich werde dazu noch einmal eine längere Erklärung abgeben. In dem nächsten Video.